Ich bin nicht unbedingt jetzt interessiert, mehr Leute kennenzulernen. Also mehr Fans anzusprechen, man verkauft immer gerne mehr, aber mir geht es finanziell gut, ich bin davon nicht abhängig und ich habe keinen Bock, irgendwo rein zu geraten, wo irgendwelche Idiotenfans dazukommen, die mich nicht verstehen, dann habe ich doppelt mehr Stress, dann verzichte ich lieber drauf. Dann fütte ich die Leute, die ich jetzt habe, und der Rest ist wurscht. Also wird dann jetzt nur noch die harte Hengst-Fanbase bedient, oder? Es kommen natürlich immer welche dazu, paar springen ab, aber ich konzentriere mich erst mal auf die Fanbase, die ich habe, die ich seit Jahren habe, und die ist mir auch wichtig, und da bin ich auch den Fans dankbar, deshalb konzentriere ich mich nur auf die Fanbase, die ich habe. Hallo Leute, und heute ist wieder ein Boxing-Time mit euer Pili Pons, und zwar zu dieser Box hier. Ja, Leute, ihr seht richtig, es ist für den neuen Basso den Hengst-Box, zu seinem neuen Album Ketten raus, Kragenhaus, und ich würde mal sagen, ich mache die Box mal auf, und dann zeige ich euch die Box komplett, und so, und dann ist die vorher auch für euch ab. Ja, das ist ja die erste Box hier vom Basso den Hengst bei Maskulin, ja. Ich zeige euch auch gleich mal den Box. So sieht denn die Box aus, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist die Super Premium Deluxe Box in der Bundle-Edition, so sieht die aus. Richtig krass hochwertig, wie man es von Maskulin gewohnt ist. Ja, hier wurden keine kosten Mühe geschaut, so sieht sie aus, von vorne, von hinten. Ja, ihr habt sie ja gesehen, übrigens habe ich da jetzt Falschkeiten, ja, so sieht sie von vorne aus, so sehr leid. Ähm, ja, in der richtig coolen Bandle-Edition mache ich jetzt einfach mal auf. Ähm, machen wir hier, ist auch hier mit der noch so eine Tüte drin, hier mit Universal, finde ich ganz, sieht ganz nett aus. Ähm, packe ich hier mal die Sachen aus, wie ihr wisst ja Bescheid, ich packe die Sachen immer hier aus und dann zeige ich euch, dass es hier drin ist, wenn ich das ausgepackt habe. Ja, so sieht es leer aus, hier ist ja nur noch dieses Universal-Ding drin, ansonsten normale Pappe, ich gucke mal, ob da nicht irgendwas drin liegt, ne, da liegt nichts drin, alles gut. Dann mache ich das Ding mal zu und ich würde mal sagen, ich packe es mal nach hinten. Kommen wir mal zum ersten Box-Inhalt und zwar haben wir hier einmal ein Poster dabei. Das ist weiß hinten und eine Seite bedruckt, ich zeige euch mal diese Seite hier, so sieht sie dann aus. Die bedruckte Seite mit, was du behängst, äh, ja, das kann man sich auf jeden Fall aufhängen, sieht nicht schlecht aus, so sieht es aus. Hinten weiß, ja, also nur einseitig bedruckt, ich packe das mal ganz kurz zusammen. Und zack, und dann packe ich das mal ganz kurz hier hin und dann kommen wir auch schon zum LCD, wir haben dann noch eine CD dabei. Zwei CDs, ja, ich mache mal ganz kurz das hier auf, zack, die CD ist im Pappschuber drin, den Pappschuber finde ich eigentlich gerade nicht mal so schlecht, zeige ich euch schon mal ganz kurz dann, wie der aussieht. Zwei CDs haben wir auf jeden Fall drauf, wie gesagt, da haben wir einmal 13 Tracks und einmal das Instrumental-CD. Die Pappschuber sieht so aus von vorne, gelb und schwarz, so von hinten, hier stehen die Trackliste drauf. Wie gesagt, einmal 13 CDs, einmal 13 Tracks und einmal das Instrumental, falls ihr das jetzt nicht gesehen habt. Also die Tracks sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung zu finden, da habe ich sie abgetippt und jetzt mache ich sie mal auf, ist ein Pappschuber, ja, ist ein normaler Pappschuber halt. So sieht es dann aus, wenn man sie aufmacht und so von hinten, halt auch die Trackliste, ja, hier haben wir dann das Cover, machen wir mal auf und gucken wir uns das mal an. Hier muss ich mal ganz kurz gucken, ah ja, hier haben wir dann einmal die Instrumental-CD in gelb und das normale Album in schwarz. Hier, so sieht es dann aus, wenn man das CD rausnimmt, ich zeige euch mal. Das sind jetzt nicht so eigentlich so eine Sachen, so eine Höhle mag ich jetzt eigentlich nicht so besonders, ich mag das eher, wenn die CD hinten ist, wenn man so aufklappen kann. Wenn die jetzt oben drauf sind, mag ich sie halt nicht so wirklich, aber gut, gucken wir uns mal das Bucklet an. Ich zeige euch mal ganz kurz das Bucklet, ja, so wie gesagt, hier so von vorne, wenn man es dann aufmacht, so sieht es dann von innen aus. Die erste Seite, die Tracks aufgelistet, dann sehen wir, was wird da hängt mit dem Messer. Und so geht es dann weiter, hier sehen dann, so sehen dann die aus, so sieht dann die Seite aus, hier sind dann auch die Tracks aufgelistet und dann, was wird dann hängt, ja. Ja, und so sieht es dann von hinten aus, so sieht die letzte Seite aus, hier stehen dann noch die Trellis drauf und dann hier Flair und was wird dann hängt. Und so von hinten das Logo, geht noch was gerade hoch, so sieht es dann aus. In den Album selber habe ich noch nicht reingehört, ja, muss ich sagen, also habe ich noch nicht reingehört, ich werde es mir jetzt nach den Unboxing auf jeden Fall anhören. Aber die Singer-Auskopplung haben wir nicht wirklich zugesagt, das ist jetzt schon das zweite Album, was mir jetzt nicht wirklich gefällt. Obwohl, drei Alben haben wir jetzt noch nicht so gut. Also, die letzten Alben, sagen wir schon mal so, die haben mir von Basel & Hengst nicht wirklich gefallen. Und das hier auch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich auf die Idee gekommen ist, er sagt ja selber, er hat es sich selber ausgedacht, er will es selber so machen, aber warum hört sich Basel & Hengst auf diesem Album? Also, die Singer-Auskopplung, wie gesagt, ich habe die ja nur gehört, warum hören sich die Songs so an wie Flair? Also, das ist wie eine Flair-Kopie, was ich bis jetzt gehört habe, hört sich das an wie eine Flair-Kopie. Und ich weiß nicht, ob man, ich brauche keine Flair-Kopie, wenn ich eine Flair will, denn höre ich Flair und Flair gefällt mir in den letzten Jahren nicht so wirklich. Ich finde sie jetzt relativ langweilig, ich finde die Beats auch relativ langweilig von Flair leider. Ich bin eigentlich jetzt nicht jemand, der Flair nicht mag oder so, ich finde eigentlich Flair ganz cool. Er hat auch ein paar coole Alben, aber diesen neuen Style, den er erfährt so mit diesen ganzen Trap-Beats und die Beats, die er macht, ich finde sie halt langweilig. Das feiere ich nicht. Und gerade bei Bastard Hengst finde ich halt, Bastard Hengst braucht so dreckige, aggressive Beats und voll auf die Fresse so. Und ich finde das auch besser, wenn so Bastard Hengst so ein bisschen dreckig schwirbst, so, ja. So auf die Beats rotzt, so, weißt du, wisst ihr was ich meine? So diesen Style, sowas wie Zartag oder so, das feiere ich halt bei Bastard Hengst am meisten so. Zartag 1 ist mein Lieblings Bastard Hengst Album. Ja, und dann kommt Rap braucht kein Abitur und Rap braucht immer noch kein Abitur. Das sind so die Alben. Ich weiß nicht, ob Bastard Hengst hier wirklich für die Fans das hier gemacht hat, ob er die Fans hier glücklich macht, ob er wirklich so ein positives Feedback davon bekommt, weiß ich nicht. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber naja, die Fanboys, die Harko-Fanboys werden das Album auf jeden Fall wieder feiern. Ich feier's nicht. Ich, äh, was ich bis jetzt gehört habe. Ich kann ja nur von das sagen, was ich bis jetzt gehört habe. Aber ich weiß es mir mal an, aber ich glaube halt, was ich bis jetzt gehört habe, dass es jetzt mir nicht gefallen wird. Aber kommen wir mal zum nächsten und zwar zu diesem T-Shirt hier. Das ist bei Maskulin immer relativ schwer. Das ist ein immer sehr schweres Titel. Ich weiß nicht gut an. Schau mal. Ähm, aber da ist es auch so eine Sache. Ich habe jetzt ganz viele Sachen jetzt schon im Internet gesehen und gelesen. Da haben ja schon ganz viele Leute sich darüber markiert, dass das so aussieht. Also wie das Design ist und so, dass es denen alle nicht gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht, auch jetzt nicht unbedingt mein Style. Also es ist mir ein bisschen zu viel hier und da ist mir das alles ein bisschen zu viel. Fällt sich gut an, übrigens, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Fällt sich ganz gut an, der Druck. Schön, es ist so ein bisschen klebriger durch, da bin ich mir nicht sicher. Müsste mal ausprobieren, äh, ob das nicht beim Wassen, beim Waschen, wenn man es wäscht, an T-Shirts glimpen. Also wenn ihr es links gemacht, sofort nach dem Waschen dann wieder umdrehen. Es kann sein, dass es kleben bleibt. Ich habe mir mal so ein T-Shirt gehabt, das hat sich so angefühlt. Das hat dann leider, ist dann leider kleben geblieben, weil es so einen leichten Klebedruck hat. Ähm, aber es hört sich auf jeden Fall gut an, ne? Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal was für den Design sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt. So sieht es dann halt von der Seite, also von vorne aus. Ich finde das halt alles ein bisschen zu viel. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass es Amstuff ist, ja? Ich mag Amstuff. Ich mag die Firma Amstuff. Ich finde die T-Shirts von Amstuff immer ganz gut gewesen. So sehe ich es dann übelst von hinten aus. Ich mag die T-Shirts von Amstuff, die gefallen ich. Ich finde die Firma ganz gut. Ich finde die neue Firma, also die Firma, die, was mit den Kaninchen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Firma heißt, finde ich kacke. Ich finde, das ist so eine Hipster-Firma. Aber Amstuff ist eine coole Firma, eigentlich finde ich gar nicht mal verkehrt, dass er jetzt das hier reingemacht hat. Auch das Design ist okay, ja? Es ist wie gesagt ein bisschen mehr zu viel. Es könnte ein bisschen weniger. Ansonsten hätte ich jetzt nicht, man kann schon damit rumlaufen. Gut, das hinten hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht. Vorne finde ich es eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, mit der Szene vielleicht nicht, aber sonst. Und die Kette und so. Es sind Sachen, die würde ich jetzt nicht rein drauf machen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt, feiere ich jetzt nicht unbedingt. Aber ansonsten finde ich es ganz cool, wie gesagt. Amstuff ist eigentlich eine ganz coole Sache gewesen. Aber da hätte mir auch einfach nur der Hund gereift. Amstuff von ganz schlicht und einfach. Hätte ich cooler gefunden. Aber es ist halt eine gute Qualität. Das kann man auf jeden Fall nicht meckern. Sehr fest und schwer. Das ist ein guter Stoff, ja. Es ist halt echt wirklich gut. Sehr dicker Stoff. Kann man auf jeden Fall. Also das T-Shirt ist schon gar nicht mal so schlecht. Es ist halt von dem Design her etwas gerne weniger sein können. Und das ist jetzt nicht alt. Andere werden es wahrscheinlich gut finden. Es gibt bestimmt auch genug Leute, die das feiern. Aber für mich ist es halt zu viel. Zu vieles Guten. Ein bisschen weniger wäre vielleicht auch besser für mich gewesen, finde ich. Dann würde ich es eher lieber anziehen. Aber ja, das ist das T-Shirt. Kann man auf jeden Fall machen. Sieht gut aus. Also, ich fess mich gut an und so. Weißt schon, was ich meine. Ja. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht unten gezeigt. Und so unten. Das ist dann hier auch noch. So sieht's unten aus, wenn man da so einen Aufdruck drauf hat. Und dann würde ich mal sagen, ja. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Unboxing. Ich weiß nicht, ob Pastor Hengst sich da eine Freude macht und ob er da die Fans glücklich wirklich macht. Wir werden ja sehen, wie das Feedback dann ausfällt. Also, ich glaub, viele Leute werden das nicht feiern. Und viele Leute werden es einfach nur gut finden, weil er bei Pastor Hengst ist und weil sie so ein bisschen Fanboy-mäßig drauf sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen wird auch eine gewisse positive Resonanz da drauf bekommen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass da viele Leute auch nicht so zufrieden sein werden, auch wenn sie es anders mitteilen. Und ich glaub, dass da viele Fans ein bisschen, dass da viele Fans verärgern wird. Also, ich find's zum Beispiel nicht so gut. Aber, gut. Wie gesagt, das hier war's mit den Unboxing. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.